so kleine auszeit weil keine zeit und weiter geht es jetzt mit chapter weiß ich gerade nicht wir waren zuletzt hier auf der brücke auf jeden fall und bewegen uns jetzt richtung ende dieses levels was es wirklich in sich hat wenn bestimmte dinge eintreffen so hier haben wir eine schöne schwere situation ihr seht ab den klump kopf im hintergrund das war scheiße 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 gar nicht gut das ist eine ganz beschissen gelaufene sache hier fach 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 das läuft scheiße so sind jetzt hier ein paar storen wesens tot nein wo kommt ihr jetzt her es ist klasse doch gott alter schwede jetzt habe ich unglück und trotzdem irgendwie glück weil ich hätte schon wieder 10.000 mal tot sein können so und der macht es auch noch richtig das war merkwürdig ein treffer ist eigentlich ein bisschen mehr ja der braucht natürlich nicht nur ein treffer das war ja irgendwie bleib mir nur vom pansen hässlicher mongo alter drei treffer schon sind mehr feierlich hier super unser geld hatten sich auch in nichts aufgelöst dafür bezahlt 15.000 wenn das glaube ich gewesen was macht er denn jetzt leck mich oh gott ich mach das hier ja spannend das ist ja richtig spaß zuzugucken alter weil ich hier nicht so easy ist der arsch alter das gibt es doch gar nicht Tür eingeschossen na also junge gib mir das geld 15.000 30.000 hätte ich haben können alter kriegt die munition von dem anderen spaß nicht alter freund brandgranate kannst du auch einen arsch decken alter jetzt sag mal wo kam denn aber auch eben gerade die ganzen knusper mönche da noch her die pädophilen normalerweise kenne ich das so dass man die zwei abschießt links und rechts und dann noch die beiden brocken vor sich hat aber dass da noch aus der hintertür noch mal die eigentlich verriegelt war die war verriegelt dass da auch noch mal gegner durch kommen das ist also da wollte das spiel mir irgendwie gar nichts gutes das war wahrscheinlich weil ich einfach brücke die zu einfach ausgeschaltet habe ohne getroffen zu werden hat er sich gedacht naja dann lassen wir noch mal ein paar mönche mit teilchen zerlegern durch die türen durch schlüpfen alter schwede naja das dann immer wieder zum thema kann ja auch mal was nicht so gut laufen in videos hatte ich bis jetzt noch nicht so also diese konstellation wie das gerade gelaufen war und geht das nicht ab also das kann man so nehmen also das hatte ich noch nicht also das war jetzt eben gerade ne ne völlig komplett verrückte raumführung sag ich mal gut ja 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 da wird er will der kleine ja 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 jock ja 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 emplo ja Dann haben wir natürlich nochmal die Option zu speichern. Das machen wir ganz zum Schluss. Und wir können unsere Waffen nochmal ein bisschen upgraden. Was auch immer sich upgraden lässt jetzt gerade. Scheint nicht schießen. Oh, da haben wir noch ein Kristall. Jawohl. Gelb ist immer gut. Und dann unnütze TMP-Munition. Nützvolle Magnum-Munition. Ja, und das gäbe Kraut natürlich. Gucken wir mal. Oh Gott, mein Kreuz. Ja, und dann können wir wirklich bald mal einen neuen Koffer gebrauchen. Aber ich glaube, den kriegen wir auch bald. Oh, hier ist noch ein Buch. Brandgranate. So, und jetzt aber hier. Das ist wie ein Tick hier, das mit dem Ordnen. Ah. So, jetzt können wir uns den hier schon mal ausrüsten. Aber jetzt machen wir trotzdem erstmal unsere Geschäfte mit dem Knie hier. Nachdem wir... Ne. Ja, wie immer. Ja. Ob er das auch sagt, wenn man ihm an die Eier packt? Hehehe. Thank you. Erwoll, da ist er die Striker. Und damit können wir dann quasi unser Schrotgewehr verkaufen. Und ihr werdet auch sehen, dass wir durch die Striker... Ähm... eine größere Reichweite... Oh, eine größere Reichweite. Und... Wir haben... Die Spattplatz, die ist nicht so lang wie die... wie das Schrotgewehr. Das ist auch schön. Okay. Hehehe. Thank you. 1.000 gibt da recht. Gar nicht mal so schlecht eigentlich dafür, dass wenn man es nicht benutzt... 25.000... Ja, einmal die Feuerkraft hoch... Ist immer gut. So, dann wollen wir nochmal... Einen Speicher ablegen. Und... Nach dem Speichern erstmal wieder gucken, ob was unsere Kamera sagt. Ist jetzt beeindruckt ziemlich ja. Einwandfrei. So. Habe ich euch das... Sekundenlange... Warten... Erspart. Und weiter geht's. Was wir jetzt machen, ist eigentlich Popel einfach. Auch das kann man versauen. Aber... Das sollte... Sollte mehr jetzt nicht passieren. Da gibt's nämlich einen Trick. Eigentlich ist das hier mega scheiße schwer. Was jetzt kommt und langwierig ist das eigentlich auch noch. Aber... Wir sind natürlich... Waren witzig witzig witzig. Und machen das ruckzuck. Oh, diese dämlichen Ladezeiten nervig. Die sind auch, glaube ich, nicht normal. So, jetzt... So, jetzt... Müsst ihr aufpassen. Ähm... Kommt nochmal diese Sequenz. Und, äh... Dann... Ähm... Ist es so, dass... Ab und zu aus der Decke... Äh... Gliedmaßen raushängen. Und den müsst ihr ausweichen. Und da müsst ihr dann mal wieder reagieren. Weil Quicksheil toll ist. So. Ist auch nicht nur einmal. Kommt mehr. Aber ist... Aber alles ganz easy, wie man sieht. Lässt dich wuchs wuchs und schnelli schnelli machen. So. Da war er eigentlich schon wieder. Haben wir jetzt aber irgendwie... Vermieden. Da gehen die Schotten dicht. Und ich glaube... Wer es nicht kennt, der kann jetzt schon ahnen, was passiert. Und da steht... Oh. Fuck. Und... Bei... Äh... Verfickten. Vier Minuten sagt viel. Hier lässt sich der Rollladen wohl nicht öffnen. Ja. Und da ist die rechte Hand. So. Und die trifft mich natürlich hervorragend. So muss es sein. So. Den machen wir aber... Ganz schnell platt. Weil... In dem Zustand, wie wir jetzt sind, würden wir das nie schaffen. Nicht in 100 Jahren. So. Ein Bazooka-Schuss. Und... Ein Raketen-Effa-Schuss. Und die Sache hat sich nämlich gegessen. Und dann kriegen wir was für die Krone. War kein Weinbrand. So. Und dann passiert eben auch auf einmal... Jetzt auf einmal Flux kommt... Äh... Der Fahrstuhl doch an. Da wird dann mal eben... Äh... Die Zeit übersprungen. Weil... Eigentlich ist es wirklich so. Du musst von dem Viech weglaufen. Und versuchen zu ballern. Und... Und dich zu verteidigen. Und den Einzelfrieren. Und bla 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 bla. Und dann kannst du hoffen, wenn der Fahrstuhl ankommt... Äh... Gerardo oder wie er heißt... Oh, wäre uns das nicht passiert. Diese vielen Treffer... Und wären wir gar nicht so schlecht. Und sie ist gar nicht so schlecht um uns aus. So schlecht bestellt. Aber aktuell ist... Naja. Schauen wir nochmal alles durch. Einfach was finden. Da lag da schon mal was. Gut. Weiter haben wir hier nichts. Alter. Und dann 15.000. Das Geld müsste eigentlich liegen bleiben. Wenn man diese Penner da besiegt hat. Ja. Dann suchen wir uns jetzt hier die... Wo? Äh... Okay. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Dann suchen wir uns jetzt hier nochmal den Raum durch. Oh. Ganz schön neblig. Was ist... Was man hier finden kann? Munition und Erste Hilfe sprayen. Und das war's glaube ich. Ja. Ja. Und dann haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Mit den letzten 16 Minuten. Fahren hinab. Und ja. Ich sage schon mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer TheShepard82. E2. Äh. Oder auch nicht. Oh. Okay. Bis zum nächsten Mal. Salazar hat seine Chance. Krauser. Geh' dir eine Frau. Oh. Und äh. Bezüge dieses Wein, während du da bist. Bezüge es geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020